Moino, Freunde, und damit begrüße ich euch wieder allerherzlich zurück zu Super Mario 3D World mit dem Kaktus-Andy in Together. Und wir sind hier in Welt 4 bei dem Riesen-Castle, wo es gerade anfängt zu längen. Genau, wir warten jetzt noch ganz kurz, bis das Spiel wieder rund läuft. In der Zeit könnt ihr schon mal den Daumen nach oben drücken. Ah, genau. Ah, guck mal, jetzt funktioniert's auch. Richtig. Da habt ihr wahrscheinlich schon mal imaginär in der Zukunft für uns in der Vergangenheit ein Like dagelassen. Haha. Genau. Und deswegen geht's ab ins Castle. Oh Mann, Alter, manchmal redet man aber auch ein Dünnpfifte. Du, das ist bei den Folgen normal. Ich glaube, das ist auch das Amüsanteste bei mir. Ja, natürlich. Das gehört dazu. Ich hab gehört von meiner Community, meine Lost-Type ist am besten. Natürlich. Da machen sie sich richtig kaputt drüber. Ich hab nichts anderes... Warte, kratzt um die Augen aus. Komm mal. Komm doch nicht rein. Ah, guck mal. Jetzt geht's. Wollen wir? Dann lass uns mal den Stein holen. Wo ist er denn? Achso, da. Hier müsste man eigentlich mit dem Steinblock, glaube ich, machen, oder? Weil du hast ja keine Verdopplungskurschen. Du müsstest du, glaube ich, wirklich mit dem Steinblock machen. Wenn du alleine bist, ja. Aber aufpassen. War aber auch schon letztlich von mir. Von dir auch. Wollen wir die mal versuchen? Ja. Ja, die musst du alle machen hier. Oder? Nee, geht. Schnell, schnell. Jawoll. Ja, Katze gewonnen und verloren, ne? So schnell kann's gehen. So, was willst du? Tschüss. Geh mal bahnen, du. Du stehst, du Stein. Oh, der Kratten heißt, ich schweif. Hier muss ich ja wirklich aufpassen, um die Katze zu behalten. Was haben wir hier, ist schön da drin? Ist ja bestimmt der Stempel. Komm. Ach du Scheiße. Spiel. Ja, Spiel. Guten Morgen. Oh lol. Einfach instinktiv richtig getroffen. Oh, du musst ein... Er hat sich wieder befreit. Ich bin tot. Warum? Weil ich blöde bin. So. Warte mal, warte mal. Die Mauern sind sehr auffällig. Ja, das stimmt. Safe. Ja. Nice. Die ist aber sehr auffällig. Da hinten ist ein Stern. Wie kommen wir denn da hin? Ja, da brauchen wir den hier. Wahrscheinlich. Komm mit. Ich lenke mal die Gummas ab. Oder auch nicht. Nice. Nice. Oh, wow. Nein, nein. Was denn? Alles gut, alles gut. Ich wurde gerade fast zerquetscht von dem Typen. Oh, ich habe meinen Fingernagel vor ihnen mit dem hier halten. Ja. Geil. Ich habe meine Katze verloren. Und so. Ich habe meine noch. Nein, er war ein Eitel. Ja. Zu spät gesehen, sorry. Alles gut. Jetzt kommt der Riesenstein. In die Fresse. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Oh, oh. Oh, oh. Oh, schöner Boss. Immer was anderes. Ja, ne? Oder Pompom. Ah. Oh. Ich bin dabei. Wir sind zu. Oh nein. Schnell. Ich habe daneben geworfen. Ich honke. Ich habe getroffen. Ich weiß aber nicht, wo ich stand. Äh, steht. Oh. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Gott, ja, bitch. Nois. Das Schloss war jetzt gar nicht mal so schwer. So, jetzt musst du nur die Flagge erreichen. Ich schaffe es sowieso nicht. Aber wir sollten trotzdem vor oben wieder Bede stehen. Wenn, dann schaffst du das, weil du weiter fliegen kannst. Hm. 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 Ja, doch. Beide. Easy. Orangene Fee wurde gerettet. Aber du hast gesagt, du bist jetzt schon ein bisschen weiter, ne? Es waren jetzt aber schon mehr Welten als nur fünf, ne? Auf der Map sieht es aus, als ob es nur fünf gibt. Ich glaube, in den Level sieben. Oder sechs? Okay, wir gucken mal nach. Also, spätestens nach der fünften Welt sehen wir ja, wie es weitergeht. Richtig. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau zwischendurch Sterne sammeln musste. Weil wir das ja nicht so gemacht haben, wie wir jetzt. Dass wir überall alle Sterne holen. Weil wir das Schloss nicht freischalten konnten. In einer Welt. Weil wir da irgendwie, ich glaube, 150 Sterne brauchten. Ach so, und wir haben ja jetzt schon rund 109 zusammen. Ja. Ja, aber 100% muss ja sein, bei mir zumindest, in jedem Spiel. Oh, nein, wie geil. Oh, ich liebe Wasserwelten. Oh, ist das schön. Blubblubblubblubbl. Meine Blubbl. Oh, wollen wir das Todhaus machen? Oder wollen wir... Ja, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, mach was für den Punkt. Das Todhaus, ich weiß gar nicht. Wer ist denn diesmal dran? Du, ne? Ähm, ich bin mit Lenken... Äh, mit Navigieren dran, ja. Ja, ist klar. Müsste jetzt der Dritte sein. Oh, wie schön. Oh, ich hoffe, es gibt einen Horror-Nap wieder. Also... Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ein Horror-Level. Ach so, ich bin der Rote. So, warte mal. Ich will mal eben... Oder machst du das? Warte mal. Ist ja egal. Wie geht denn das? Beides erdrücken. Alles klar. So, wir können ja wieder runter. Ach, ich bin dumm. Warte, wir müssen beide rauf. Ja? Da hinten geht's nur weiter, ja. Komm rauf. Aber da ist doch... Uh, gar nix. Da. Guck. Ach doch. Alles klar. Warte, ich mach. Oder mach du? Kommen sie hoch, da her. Und hier hinten. Nehmen wir mal die Tür. Wo kommen wir da raus? Oh, ja. Ich hab ne richtige. Schön. Ich hab bei solchen Geistern immer Pech. Ich bin immer. Oh. Oh. Wo bin ich? Lol. Ah, nee. Andere, ich... Ja, ich hab's schon gesehen. Also, warte mal. Geil, du hast so'n Licht. Ich nicht. Ach, lauf mal hier runter. Da hinten runter. Da, da. Nein, hier. Ach so. Guck mal, wo ich bin. Ja. Ah, warte. Ich war wieder blöd. Wie kommt man da oben lang? Ach so, ich weiß wie. Kommen wir noch hin? Hey, Freund Josef. Warte, ich beobachte ihn. So, warte, ich muss mal kurz gucken. Hey, wie kommt man denn hier hoch? Naja, mit dem Ding da. Meinst du? Ja. Jo. Nö. Doch, doch. Und dann jetzt hier runter? Ach so. Achtung. Der blöde Sack hier, ey. Ah, jetzt hab ich's verstanden, ja. Okay. Ich geh schon mal durch. Du holst den anderen. Oder ich hol den anderen. Ach so, ja. Ja, warte mal. Nee, dann holst du den anderen. Ja, komm. Komm mal durch hier. Ja. 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 So, und den dort. Ach, wir müssen da rüber, ja. War doch nicht. Sonst würde ich das einfach machen. Ja, mach. Rennen. Warte. Schnell, ich bin eh abgestürzt. Da ist es. Ich dachte, ich kann den Großen aufhalten, indem ich ihn angucke, aber dadurch bin ich abgestürzt. Nee, 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 nee. Oh, Mann. Oh, Mann. Guck mal, ein Wasserkaktus. Was denn, ein Wasserkaktus? Das ist ein Wasserkaktus. Rechts neben dem Todding. Das ist ein Wasserkaktus. Jetzt wird er verdeckt von deiner Fahne. Ach da, ich seh ihn. Lol. Uff. Wie nice. So, nächstes Level, nächstes Glück. Was haben wir denn hier? Oh, ein Strand. Oh, wie schön. Mal gucken, ob es am Strandgeschickung gerne sein. Sonnenbrand am tropen Strand. Haha. Sieht wieder open-world-mäßig aus. Ist schon mal nix. Holt den Schlüssel. Ich mach mich mal groß. Ich bin schon groß. Ey, Cooper. Guck mal dein Panzer. Oh. Entschuldigung. Oh. Oh, ey, der Cooper ist sauer. Guck dir mal an, wie der hinterherläuft. Oh, wir haben hier noch mal ein Panzer. Ich hoffe, ich schaff's nicht. Scheiße. Ich hab' ich nicht aufgepasst. Du kennst uns so, Mann. Ja, natürlich. Genau das selber. Oh. Hey. Komm her. Warte, warte, warte. Ah, ja. Damit haben wir den ersten Münchstern auch schon mal. Äh, Münchstern. Den ersten Stern. Wieso krieg ich denn das denn hier hin? Wieso denn jetzt? Da hinten ist ein Loch. Siehst du das? Au. Das ist ja da, ne? Da, joh. Das war nicht toll. Sorry, ich hab' dich geachtet grad. Oh, ich hab' schon wieder auf dich geachtet. Ich sollte aber auf meine eigene Figur achten, ich rum. Komm, dann nehmen wir mal durch die Röhre. Ach, du Scheiße. Wir müssen hier alle... Genau. ...einen Stern schon mal wieder für uns mit. Wow. 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 Ich denk mal, den dritten kriegen wir, wenn wir alle Schlüssel haben, oder? Was? Ne, ich glaube nicht. Nicht, wäre... Wäre... Ja, genau. Wie kommst du denn weiter? Das Problem ist, da wollen wir ja nicht weiter, weil es ist... Ja, es ist ein Open-World-Media-Stage. Oh, sehr gut. Den brauchen wir, glaube ich. Und zwar müssen wir den Bowser hier kaputt machen. Ah! Ah! Nein! Oh, ist das so traurig. Leck! Oh, nee. Ich schufe wieder ein Kasse. Hör auf, Spiel! Da noch nicht rein, ne? Ah! Spiel! Hör auf! Was ist das denn? Ich glaube, wir müssen die alle einmal... Da war irgendwas. Was ist denn hier denn jetzt hier? Spiel? Alles gut? Oh. Ich habe einen Witz. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht spielen. Ich auch nicht. Ey, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Ja. Ja, warte, warte, warte. Oh. Wenigsten etwas. Hä? Warte. Ich musste das jetzt nehmen. Ah, nee, doch, nee. Was ist das? Der Kiko Batschel. Pass auf, dass die dich nicht erwischt. Äh, okay. Warte, komm. Mhm. 3D. Ich muss die jetzt alle befreien hier. Ich komm noch nie hoch. Das kann eine Weile dauern. Aber ich habe ja... Du hast ja Zeit eingesammelt. Wie willst du das machen, Mann? Trigger. Ich spiele, hör auf damit. Komm, hier. Sonst du. Irgendeiner, der rinkommt. Ja. Hör auf. Tote. Hör doch einfach stehen. Hey. Siehste wohl. Vor uns fährt der Stempel noch. Da kommt der noch. Nee, der ist... Ich glaube, den haben wir verpennt. Dann gehen wir nochmal mit Rücks zurück. Wo ist der Ball? Jetzt habe ich den Ball. Wääääh. Da war auch nichts mehr. War nix. Stempelmäßig. Hier ist nix. Das Level ist ja noch nicht vorbei. Da hinten ist erst die Hälfte. Achso, ja stimmt. Aber warum haben wir denn hier jetzt schon alle drei? Sternchen. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Genau. Ähm, Peach. Es geht ja vielleicht jetzt noch... Underwater. Plessy. Oh, Plessy ist wieder am Start. Ich glaube, hier ist bestimmt auch der Stempel. Ich kann mich sogar daran erinnern. Ja, hier ist irgendwo der Stempel. Na schön. Dass du dich daran erinnern kannst. Ich weiß nur nicht wo. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht wo. Halt einfach nur jetzt ausschauen. Du musst immer schön... ...springen. Da ist er. Rechts. Siehst du ihn? Sie hat ihn! Ich glaube, es muss nur einer springen. Ich glaube, es muss nur einer springen. Okay, dann springst du. An der Stelle. Ich? Ja, oder ich. Ich dachte jetzt. Ich dachte, ich sag jetzt einfach mal was. Ja, das machst du jetzt. Okay, dann mache ich das. Wenn wir es nicht schaffen sollten, macht derjenige, der vielleicht vorne immer so. Du lorst. Du springst jetzt für alle Passagen. Alle Passagen. Du machst es ganz gut. Ich denke mal, der tut mir das eigentlich. Wieso kommt er denn noch hin? Ja, guck mal. So ist es doch einfacher. Nice. GG. 100%. Genau. Mit dem Brill. GG. WP. Äh, WP. WP, ja. Krampse. So, du schaffst das. Ja. Beide. Wir haben es sogar beide. Easy. Aber so eine schöne Welt. Ich kriege die echt schön. Ja. Die ist wirklich schön. Ich glaube, hier kommen noch mehr ein paar coole Level. Hm? Ich sag, hier kommen, glaube ich, noch ein paar mehr coole Level. Also, wenn man unter Wasserwelten oder allgemein Wasserwelten mag. Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Ja. Nicht jeder mag Wasserwelten in Mario. Genau. Ich kenn viele, die mögen es nicht. Und ich bin derjenige, der das mag. Oder liebt sogar. Weil mich so ein bisschen an Urlaub und Strand so erinnert. Und vor allem sehr schön aufgebaut ist. Was ich an meine Zuschauer noch richten wollte. Das Schöne ist, am Ende dieses Let's Plays müssen wir mal gucken. Irgendwann werde ich das verkünden. Wahrscheinlich wird das nicht in der letzten Folge funktionieren. Weil da wird ja noch gezählt. Aber ein, zwei Leute bei Tristan auf dem Kanal machen ein Deathcounter zum Beispiel. Oder auch ein ... Was waren das noch? Es waren noch mehrere Counter, oder? Ein Deathcounter und ein Bubblecounter. Ein Bubblecounter, genau. Fand ich ganz witzig. Gehen raus an Melly. Ei, ei, ei. Und der wird auch gut geführt. Das glaube ich. Niki hat das nicht damals auch gemacht? Bei einem Projekt. Bei Mario Party macht er das sogar immer noch. Gewinn und ... Loose ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mario Party. Wieso bin ich jetzt nicht blöd, hier hochzukommen? Hä? Also manchmal denke ich auch, ich bin noch vom anderen Stern oder so. So, das war noch nicht alles. Das glaube ich. Glaube ich nicht, oder? Ah, doch. Doch, 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 doch. Hm, cool Wackelpudding. Elektrischen Wackelpudding. Wollte ich schon immer mal essen. Ach, die Scheiße. Warte, ich muss das mal einzeln machen. Oh, oder auch nicht. Hey! Oh, ich bin gebacken. Oh, ich bin gebacken. Oh, ich bin gebacken. Häh, meine springt einfach. Meine ist einfach weiter, ohne irgendwas, dass ich drücke. Ach, klar. Warte. Und springt jetzt. Jo, coolstehen Stern. Während ich hier unten ... Ich weiß nicht wie, aber kappen. Ja, du machst das schon. Soll ich warten? Nee, ich bleib mit dem Bubble. Du machst jetzt die Passage, die ist zu hart. Für zwei, also nicht mal. was die kleinen und passt das ja ganz gut hier ist nichts mehr ich hab dir nichts getan ich glaube wir müssen die töten alle ja ufa richtig ich krieg ihn nicht da ist noch ein Mann ich dachte man braucht die größe verdammt ich hab eine münze verpasst bis jetzt läuft es gut ja erstaunlich das stimmt bei uns muss man ja sagen er hätte man wenn man jetzt rechts gesprungen wäre wäre man da mal ganz schnell dran vorbei warte mal hier drinnen gibt es bei uns hier hier ne gut dann nehmen wir ab in die kleine röhre da ein oh nein ich sehe schon ja ich auch ich bleib mal hier ich weiß nicht wo das bringt oder du babbelst dich ja wahrscheinlich schnell schnell nein warte 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 alles gut einstern nochmal neu machen ja jetzt ist man was du da ich bin da viel zu lang so war doch gut manchmal nein was auch nicht naja ich war eigentlich oben dran ach das spielst du schon wieder ne dann schneiden wir jetzt nochmal ein bisschen was dran ja mag eigentlich alle gleich im ersten rutsch aber hey was solls so nochmal rinder ja dann haben wir aber auch die 120 sterne voll gut gut so und diesmal darfst du diesen rülstern holen ok 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 pussy ich mein mach ich gerne ich würd's verlegen du das kann ganz schnell woanders landen wie geil war das denn oh god oh god man ich kann nicht mehr was machst du ich hab keine ahnung geh erstmal durch ich bleib mit ner babbel du brauchst den stern nicht nochmal ach schade diese dinger sind echt fies oh ah hab's ok danke ich mach das jetzt jep ich mach das jetzt jep 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 Okay, warte. Geh erst mal rüber, ich bin in der Bubble. Ja. Mann, dieses Timing von dem Dreck ist so schwer. Oh Mann, ey. Ich kann's nicht mehr. Ey, anfängt das Leben. Jetzt setzt unser Noob-Counter wieder ein. Ja, zu spät gesprungen. Mann, ey, ich kotze gleich so im Strahlen. Oh Mann. Da oben ist auch noch tot. Ach, Mann, ist tot? Weiße. Ach, sorry, so ist jetzt noch mehr. Ja, perfekt. Ja, warte. Eine Endprabbeln. Sehr gut. Oh Mann, Leute, hat das ewig gedauert. Ein paar Tode. Ja, die schneide ich immer mit rein. Also, ihr könnt ja die Tode sehen. Also, wenn die folgen, echt hart lang. Ich hab die immer mal in ihr schminken, aber ich glaube, bei so vielen. Okay, wer macht jetzt das am Ende? Insofern denn das Spiel gleich erstmal wieder gut läuft. Ich glaube, das müssen wir beide oder du versuchen. Wir schwingen erstmal ein paar Mal hin und her. Oder auch nicht. Du schaffst das. Ich weiß es nicht. Ich krieg's doch hin. Wir springen erstmal wieder zurück. Ich krieg's halt wirklich nicht hin. Das ist halt arschschwer. Oh. Ich bin doch schnell gelaufen. Kackding. Und springen. Ich hab's geschafft. Siehste. So. Ich schwitze bei allen. Keine Ahnung. Alles, was eine Region hat, ist schwarz. Ja, aber ich hab auch, also. Mir rutschte schon eine Controller zeitweise aus der Hand hier. Ich schmier mir das mal schön ins T-Shirt, damit ich nachher gut rieche. So. Okay, Leute. War das meine Abwunder dazu? Ich glaube, ja. Andy? Ja, du bist dran. Gut, okay. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt gerne einen Kommentar und abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Kaktus Andy. Also bis denne und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.